Also der Max, der Max, der war es nicht, weil der hat ja nur eine Sachbeschädigung gemacht. Ja und der Sänger, der Heersänger, ein Heer. Und der Heersänger, der war es auch nicht. Nein, weil der sitzt nämlich in meinem Kofen. Ja, der sitzt nämlich in der Klapse. So und jetzt ist das Feld der Verdächtigen ganz schön ausgedünnt. Weil so viele gibt es ja nicht in Niederkoitenkirchen. Aber ihr werdet den Fall schon noch lösen. Wir werden den Fall schon noch lösen. Ja, wir werden den Fall schon noch lösen. Ja und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann ist es eigentlich scheißegal. Ja, weil dann ist es nämlich scheißegal, weil den Höpfel hat ja sowieso keiner leiden können. Ja, also nicht mal die eigene Schwester hat ihn leiden können. Genau. Ah, aber jetzt erst einmal ein Lieberkass. Also dann, man sieht sich. Servus. Tschüss. 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 Tschüss.